Wer weiß, vielleicht spielen wir auch immer mal Galaxy. Mal gucken. Was mich entwurmt ist, dass es keinen besseren Port von Galaxy 2 gibt. Und ich jetzt eigentlich... Nee, ich hätte nicht mal eine Möglichkeit... Wait. Nee, ich habe gerade nicht mal eine Möglichkeit, meine Weed zu capturen, selbst wenn ich wollte. Das ist ja scheiße. Oh, hi. Oh, lass mich raten. Aha. Warum laufe ich eigentlich als Baby Peach rum, wenn ich einen Ketsuit habe? Riesens. Also eigentlich müsste ich mich mal hinsetzen, weil ich alle Mario spiele. Also literally wirklich alle. Aber ich glaube, das könnte ein Weilchen dauern, weil das sind ein paar Games. Ich wollte eigentlich hoch. Godding it. Obwohl, nee, könnte ich nicht. Mir... Lass den Button nicht früh genug los. Weil mir fällt gerade kein gescheiter Weg ein. Wie ich... Wie ich... Ähm... Okay, das war so nicht geplant, aber okay. Wenn ich mich Galaxy 2 spielen könnte. Das ist ja nett, dass der alles für mich einsammelt. Mario Smash Football. Ich habe noch nie Smash Football gespielt. Das ist genauso wie... Oh wow, das hat gezählt. Ich freue mich ja auf das Mario Golf. Ich habe noch nicht mal das alte gespielt. Ich müsste hier alle mal spielen. Oh, okay. Ich glaube, das alte war N64, oder? Okay. Ich glaube, die Idee ist, den da hinzuschmeißen, um den Stern einzusammeln. Oder man ist einfach peach und stirbt. Ich glaube, das sind alles N64 Games, wenn ich mich nicht total irre. Ja, sowohl Golf als auch Smash Football ist beides N64, oder? Fußball war Gamecube. Okay. Müssen wir mal gucken. Weiß ich nicht. Ich meine, in der Theorie, das nächste Spiel, was mich überhaupt erst interessiert, zum Spielen, ist noch ein ganzes Waldchen hin. Und das ist, äh... Dingsnee Replicant. Und ich hatte überlegt, Nier Automata davor zu spielen, aber das wird gar keinen Sinn machen. Ich werde Nier Automata danach replayen, in der PC-Version diesmal. Ja, 23. April. Vorher habe ich nichts gesehen, was mich ansatzweise interessiert bisher. Oh Gott, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich glaube, ich muss deine Babys auf dich schmeißen, oder deine Kinder, oder was auch immer das hier ist. Oh, es gibt noch Mario Tennis. Es gibt Mario Tennis für die Switch. Das habe ich sogar hier. Ich habe hier auch schon seit Jahrhunderten nicht mehr gespielt. Ich weiß noch, da gab es irgendwie einen coolen Beta Cup, wo ich noch irgendwie... Weiß ich nicht. Den habe ich noch gespielt, aber irgendwie... Keine Ahnung. Kannst du dich einfach... Genau, das, danke. Okay, Ketsuit regelt. Es gibt neun Mario Tennis-Spiele. Neun? Ich glaube, ich würde das eh unterteilen. Ich glaube, ich würde das in Jump'n'Runs unterteilen und dann Spin-Offs. Weil die ganzen Sport-Games... Dude, überleg mal. Da ist ja alleine schon Mario und Tassel nicht gesehen bei Olympische Spiele und so scherzt sie auch mit bei. Ich will gar nicht wissen, wie viel es davon gibt. Wahrscheinlich auch viel zu viele. Ich glaube, ich würde es zuerst mal nur Jump'n'Runs beschränken. Und dann maybe Golf. Ich weiß nicht warum, aber Golf-Spiele haben mich schon immer fasziniert. Tennis nicht mal so. Virtual Boy, Game Boy Color, N64, Game Boy Advance, V3DS, Wii U und Switch. Dang. Okay. Ich glaube, bei solchen Fällen würde ich dann, glaube ich, einfach die... ...neueste, in Anführungsstrichen, Version spielen? I guess? Weiß ich nicht. Besonders, was wäre mein Komplichen-Ziel da? Ich glaube, das Switch-Ding hat einen Singleplayer. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Das ist Jahrhunderte her. Habe ich hier alles? Das sieht ziemlich komplett aus. Bis auf... Ich habe irgendwo im Schloss... Ha, wo war der Stempel? Machen wir später. Golf hatte fünf Teile. Dang. Ich habe bisher echt noch kein einziges gespielt. Treasure Toad. I like this. Kein Film... Oh, es gibt... Ich sage ja, ich will gar nicht wissen, wie viele verschiedene... ...Dinger es von... ...vom Sport-Shit gibt. Wait, kann ich die Blöcke schieben? I can. Okay, cool. Jetzt erst mal das hier. Okay, das haben wir schon mal. Dann muss ich die richtige Tür nach da oben finden. Das ist bestimmt nicht die hier. Nope. Die hier? Nice. Wer war? Achso, ich habe... Okay. 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 Wait. Ich muss mich einsammeln, als hier. Äh. Wann? Ich muss da hoch. Was? Ich muss irgendwie da hin. Wait. Lass mal gucken. Wo bewegt sich das Ding hin? Das Ding geht nach außen. Und das hier? Die gehen beide hoch. Äh. Dann falle ich nach da. Und da kann ich dann nach da laufen. Oh. I see. Ich muss den hier hochheben. Beziehungsweise nach außen gehen. Und dann gehe ich hier durch. Und dann gehe ich hier drauf. Und dann hier hoch. Und dann... Da drauf. Und dann... Okay. Okay. Ich fange an zu verstehen. Okay. Das hier... Ich mag das Minigame irgendwie. Keine Ahnung. Das ist ziemlich maßig. So. Dann hier rüber. Dann. Den dann nach außen schieben. Nach hier. Zuerst den anklicken. Dann den. Äh. Da drauf. Dann den hier rüber. Zurück. Das gibt ein DDR-Mario-Ding. Was? Okay. Dann muss ich quasi bis auf die letzten beiden. Okay. Mario. Es gibt alles mit Mario, oder? Ich meine, die DDR-Mario wird nicht dezente... Keine Ahnung. Ich... Ich... Wir müssen uns einfach mal da hinsetzen und mal gucken, was das alles gibt. Ich meine, wenn wäre ich eh so verrückt und würde sagen... Zumindest bei den Jump'n'Runs, hey, ich würde die zumindest alle gern 100%. Also, das heißt quasi von... Ich glaube, 64 hat angefangen mit den Sternen, ne? Das Ding ist halt, wenn ich sage, hey, ich mache alle auf 100%, laufe ich wieder in das Problem, das sich Sunshine nennt. Vielleicht sollte ich mich einfach mal irgendwann Mario Sunshine stellen. Warum kriege ich... Warum schon wieder tot? Ich weiß, du hast mich spiel, aber echt so hart? Fick mich doch. Fick mich doch. Fick mich doch. Oh. Oh. Cute. Nichts zu vergessen, Mario Kart. muss ja auch 10.000 versionen von gibt ich hasse tot in diesem spiel was ist das hier oben ich hasse eigentlich toad und luigi der rest ist okay aber toad und luigi sind definitiv speziell töd ist super super fand der modus ich weiß dass das spiel irgendwie einzeln gibt glaube ich zumindest da hinten ist eine insel was möchtest du mir zeigen warum ist da ein luigi sieht sonst noch jemand den 2d luigi da drüben und habe ich gerade hallo ich habe gerade schon was gesehen let me guess die warst luigi dann ist jetzt gleich zeigen ich habe den genau gesehen war nicht hier es war hier drüben irgendwo irgendwo hier auf einer palme sitzen frage luigi ich weiß nur nicht warum ich könnte mir gar nichts okay das schaltet quasi das weil ich habe doch ein luigi gesehen ich bin scheuer okay also als ob ich das hier nicht sehe ich bin tot wie komme ich also moment ich bin nicht mal so komme ich da hoch okay moment wir müssen hier mal eben zurück also so da ist ein luigi auf der palme ich bin mir das nicht ein wer noch nicht gesehen hat da ich weiß nicht wie ich den einsammeln soll aber der ist da der ist hier auf dieser palme aber ist was hä was ist warum ist da ein luigi und hä ich bin so verwirrt die sind nicht mehr palmen wann auch vielleicht muss ich das mit luigi machen vielleicht kann man luigi es nur mit luigi einsammeln gut warte satt warum ist ja nicht schön ja dass die zeit ausläuft ist mir gerade herzlich egal ich bin mir ablegen what the fuck is this komm mal her goomba wait what is happening what the fuck is happening what the fuck is happening what the fuck is happening warum greifen die ihren kumba kollegen an what is this mam if you be fucking shitting me thank you Ja, ja, die Zeit läuft, ich hab's verstanden, Spiel. Nein! Mein größter Feind! Warum? Warum ausgerechnet Initial die Lassie? Ich hasse dieses Vieh. Okay, ich hab's irgendwie geschafft. Du bist der Erste, von dem ich hörde... Wie kann man das Vieh mö... Wait, what? Wie kann man Nessie bitte mögen? Wie? Das Ding... Mein großes Problem mit Nessie ist, wenn du tot bist und du sitzt auf Nessie... Nee. Nee. Äh, äh. Das... Nee. Dann brauchst du so einen richtig riesen Sticker, wo hinten drauf steht, Heck schwenkt aus. Weil, holy fuck! Das Ding driftet wie Scheiße. Steht gar nicht. So. Gucken, ob ich mit Luigi den Luigi einsammeln kann. Und ich weiß auch, glaube ich, wo der letzte Sternen-Dings ist. Achso, ich muss eh den Kran hier machen. Hupp. Multi-Kill! Du, 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 du... So. Habt ihr den Camper Cooper da gesehen, der rechts von mir steht? Der Wahnsinn. Nee, man kann mit Luigi nicht Luigi einsammeln. Wahrlich nicht. Wo seht ihr da Luigi? Da ist ein Luigi. Ist das schon wieder so ein Catsuit-Ding? Moment. No way. Hä? Hä? Wo? Oh, hi. Oh. Warte tot. Ich helfe dir sofort. Okay. Got it. Es gibt mehrere Luigi's im Spiel. Ich hab bisher echt nur diesen einen gesehen. Äh, wo war das letzte Ding? Ach, das war einer hier vorne, ne? Nope. Nope. Na, da war ein Stern drin. Äh. Hä? Nein. Wah-ha-ha-ha-ha, aye! Deine Mann. Hier, Mei. Ah, ich bin einer von euch. Sieht nicht. Es funktioniert auch noch. Ach, ne, ne. Die versteckte Röhre im Wasser war... äh... War ein Stern. Das hier ist das, was ich suche. Eva, da ist Luigi, da. Guckst du da? Da, wo mein Mauszeiger ist. Hier ist der Mauszeiger. Da ist Luigi. Ein alter Pixel Luigi, richtig. Der ist aber nur da, wenn du hier durchguckst. Wenn ich da hinlaufe, ist der nicht mehr da. Ich habe alles versucht. Ich kann ja nicht einsammeln. Das ist alles, was mir einfällt. Das ist die falsche Musik, Mann. Hier müsst ihr echt Dijavü spielen. I mean, look at this. Nee, nee, nee. Da wird doch jeder neidisch. Camper muss ich nicht nochmal einsammeln. Ich meine, wenn die nur als Easter Egg drin sind, sind die einfach so, hey, du kannst die sehen, aber du kannst ja nicht einsammeln. Das ist so dieses typische, oh, guck mal, du hast ein Easter Egg gesehen. Ähm. Wo? Geh schön. Ich denke auch. Glaub es doch einen Odyssey. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ja, okay. MEL satu. Zum Einsam mit. Nein, das ist einfach nur Easter Egg. Nein. Ist doch schon eben nochedar miejsc coisas? das sieht lustig aus hektik im hinterhof mit tot nein mit einem vernünftigen ich brauch zwei oh ha 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 Acon oh my god so itchy Natürlich brauchst du da Toad für. Gibt es das echt in jeder Welt in mehreren Leveln? Holy fuck, habe ich noch nie gesehen. Das war jetzt eben so der erste, der mir so richtig aufgefallen ist. Das ist crazy, ich muss hier einmal mit Toad rein, sogar in der Overworld, ich glaube ich habe einen in der Overworld gesehen. Sollen wir mal checken gehen? Weil hier hinten gab es diese Röhre. Wie das hier freischaltete und da ist er geduckt. Ich wusste, ich habe den gesehen. Ich wusste es, aber ich war mir nicht sicher, weil hier so eine Wolke drüber war und ich dachte mir so, kann nicht sein. Ich hatte mich nämlich schon gewundert, wofür ist dieser View, weil du siehst ja nix. Hier ist ja nix irgendwie secret, außer da Herr von der Zuluichi. Okay. Das wäre quasi hier hinter. Obwohl ich nicht mal hinter komme, okay. Wäre so cool. Ich mag Easter Eggs in Games. Okay. Ich mag es, es ist Ruhr 34. so in that logic there should already be plus me remember rule 34 says that if it's on the internet it has for the what was the original wording if it's on the internet there's porn of it so basically there has to be already porn of it no exceptions you give this was so viele weil jeff luigi war cool